Herzlich Willkommen mal wieder. Dies ist zwar nur ein Freundschaftsspiel, aber ich bin mir sicher, dass beide Teams dennoch ihr Bestes geben werden. Und ich darf Ihnen einen der erfolgreichsten Spieler in Betriebsmannschaften vorstellen. Hier ist Florian König. Langweilig wird es eigentlich nie, wenn diese beiden Teams aufeinander treffen. Auch dieses Spiel werden Sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Danke Florian. Und jetzt geht's ja auch gleich schon los. Zur rechten Zeit am rechten Ort. Er fordert den Ball. Schöne Pässe und sie sind immer noch im Ballbesitz. Wichtig, dass er sich da den Ball geholt hat. Ja, das gibt ein Wurf, ganz klar. Takinadi. Davids. Er muss abziehen. Den hat er brillant geblockt. Das unterbricht den Angriff. Ferreira. Ferreira. Inzaghi. Saubere Arbeit vom Defensiven. Thürer. Ferreira. 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 Davids. Zambotta. Und hierbei kann man nur von Glück sprechen. Schöne Pässe hier. Davids. Toller Pass. Shevchenko. Ferreira. Davids. Gute Ballkontrolle. Bei diesen Pässen sehen sie gut aus. Da hat nicht viel gefällt. Er sollte mit sich selbst nicht zu hart ins Gericht gehen. Er zeigt heute eine anständige Leistung. Kurz gespielt. Ein nützlicher Pass. Inzaghi. Shevchenko. Pesoto. Nach vorne gespielt. Da bringt er sich in eine gute Position. Nettwirt. Jetzt muss eine gute Flanke kommen. Und gerettet. Die Verteidiger sind gut gestaffelt. Diasagi. Inzaghi. Del Quero. Schön wie er sich da den Ball geholt hat. Gattuso. Der Pass kann sich sehen lassen. Er muss sich gegen den Torwart einfach durchsetzen. So, sorry, mein Fehler. Kopfball in den Strafraum. Oder haben sie viel Glück gehabt. Nettwirt. Da prescht er nach vorne. Wird erschießen. Das erste Tor der Begegnung. Das erste Tor der Begegnung. Der erste Treffer. 1 zu 0. Der Ball gehört ihm. Der Sotto. Davids. Terzer G. Der Piero. Er ist drin. Wiederholung. Ein paar Pässe und der Ball landet im Netz. Schöne Teamarbeit. Das zweite Tor dieser Partie führt zum 2 zu 0. Nicht schlecht, dieser Pass. Der Sotto. Nach vorne geknopft. Holt sich den freien Ball. Shevchenko. Da bekommt der Verteidiger den Ball wieder unter Kontrolle. Eckstoß. Geklärt mit dem Kopfball. Er muss schießen. Ballverlust. Und der Schuss geht direkt auf den Tor. Mit erster Test für den Torwart. Der Ball geht über die Torauslinie und das gibt Ecke. Samborta. Immer in Bewegung sein. Das ist wichtig. Ein langer Sololauf hier. Hat er noch Kraft? Den Ball geklärt. Was hat er sich dabei gedacht? Wenn er pechert, sieht er hier eine Karte. Eine sehr fragwürdige Entscheidung. Doch der Schiedsrichter entscheidet sich für eine Verwaltung. Diese Verwarnung war absolut verdient. Mal schauen, ob die Mauer sich richtig formiert hat. Nur ein bisschen tiefer und er wäre drin gewesen. Trotzdem ein guter Torversuch. Das muss man sagen. Nett wett, als hätte er es geahnt. Shevchenko. Er muss einfach treffen. Der ist drin. Toller Lauf. Tolles Tor. Schauen wir uns die Wiederholung nochmal an. Was für eine Aktion. Das soll ihm erstmal einer nachmachen. Mhm. Eine herrliche Aktion. Seine Schüsse sind einfach brillant. Das ist absolut korrekt. Und da ist der Anschlusstreffer. 2 zu 1. Das ist ein guter Kopfball. Davids. Das ist ein schöner Pass. Er hat es getroffen. Schönes Tor. Das sollten wir uns nochmal in aller Ruhe in der Wiederholung ansehen. Kein guter Tag für den Torhüter. Er hat heute mehr Tore kassiert, als er verhindern konnte. Oh ja. Es wäre besser, wenn er ausgewechselt würde. Denn hier wird er nicht mehr glücklich. Im Mittelfeld nimmt er dem Gegner den Ball ab. Da verschafft sich Freiraum durch diesen Sprint. Da sind sie hinten wieder in Ballbesitz. Rui Costa. Gattuso. Da hat ihm Fortuna zur Seite gestanden. Sie haben ihn verwandelt. Schauen wir uns diesen großartigen Treffer nochmal an. Was für eine Übersicht. Der Zuckerpass bringt den Torerfolg. Es steht 3 zu 2 nach der ersten Hälfte. Die zweiten 45 Minuten kämpfen spannend werden. Ja Florian, wie hast du die erste Hälfte erlebt? Beide Mannschaften überbrücken das Mittelfeld recht zügig und bringen dadurch die Stürmer immer wieder in ausgezeichnete Schusspositionen. Der kleinste Fehler am eigenen Strafraum könnte heute dieses Spiel entscheiden. Schauen wir uns die Highlights aus der ersten Hälfte doch nochmal in der Wiederholung an. Der Altion. Der Altion. Han favouriert den Ballsitz und den Ballsitz und den GMP-Kreffen. Der Ante ist die 또 다� milyarlere zum Halden. Die Spieler hatten Zeit, sich ein bisschen auszuruhen und jetzt wird es hoffentlich mit Nermelan in die zweite Hälfte. Elbeck, Rui Costa, Rui Costa, Türab, Takinari, Ferreira, Rui Costa, der Pass kann gefährlich werden, David Takinari, das ist Fußball, sie lassen den Ball gut laufen und halten ihn auch noch in den eigenen Raum. Weggefaustet. Merkwürdiger Pass, der trotzdem ankommt. Glück gehabt. Ein schöner Pass in die Tiefe. Guter langer Ball. Mit den Fingerspitzen vorerst gerettet. Bekommen sie den Ball aus dem Strachraum raus. Davids. Terzegi. Sehr schönes Tackling. Inzaghi. Inzaghi. Das wird wohl eine Verwarnung zur Folge haben. Der Schiedsrichter schickt ihn vorzeitig zum Duschen. Er versuchte noch nicht einmal an den Ball zu kommen. Wie wirkt sich dieser Platzverweis auf ihre weitere Strategie aus? Und da stellen sie sich zur Mauer auf. Nicht mehr in Ballbesitz. Sam Borta. Perfekter langer Ball. Davids. Da fordert er den Pass. Wird der Mitspieler ihn sehen. Nach vorne gepasst. Sie passen den Ball schön weiter. Torschau ist feiert. Ein glücklicher Pass. Seine Pässe sind einfach unglaublich präzise. Nett wett. Der Pass geht nach vorne. Er sucht nach einer günstigen Anspielposition. Kein Glück mit diesem langen Pass. Ein Foul. Bruce Lee wäre stolz gewesen. So hat er ihm die Beine weggezogen. Aber der Schiedsrichter sieht keinen Grund für eine Verwarnung. Es würde mich nicht wundern, wenn wir aus dieser Position ein Tor sehen. Die Mauer formiert sich. Oh, das war Pech. Ein bisschen tiefer und das wäre ein Treffer gewesen. Guter Versuch, aber leider kein Tor. Das war nur ganz knapp vorbei. Wir können es uns nochmal in der Wiederholung ansehen. Der Soto. Den holen sie sich im Mittelfeld. Rui Costa. Der Piero. Schnell reagiert und sich selbst Raum verschafft. Hinten wieder ein Ballbesitz gelangt. Herrera. Keine Genauigkeit in diesem langen Pass. Nett wett. Tadelloses Verteidigungsspiel. Juventus führt in diesem Spiel mit einem Tor und ist jetzt auch noch am Ball. Dieser Pass setzt die Verteidigung unter Druck. Den Ball weit nach vorne gepasst. Terzer G. Jetzt hat er einen Lauf. Gut gepasst. Super Kopfball. Souverän agiert von der Abwehr. Super Verteidigung. Der Piero. Er hat ihn. Und wohin damit? Ein guter Angriffsball. Eine prima Aktion in letzter Sekunde. Da geht er Adi. Nett wett. Den wollte er unbedingt und er hat ihn auch bekommen. Er weiß, dass er den Ball nur fordern kann, wenn er genügend Raum hat. Der Platz ist extrem glitschig. Da sind präzise Schüsse kaum noch möglich. Das war denkbar knapp. Hier die Wiederhole. Ein kurzer Abstumpf. Herrera. Ein schöner langer Pass. Die Flanke kommt ganz flach daneben. Kein Tor. Ich hatte für einen Moment das Gefühl, er könnte reingehen. Er will unbedingt den Hattrick. Ballbesitz. Machen sie auch etwas aus dieser Chance. Ferreira. Nett wett. Nett wett. Takenadi. Er bekommt den Ball auf dem Flügel. Nur ein Torunterschied hier und wir nähern uns dem Spielende. Guter Pass hier. Sie haben ihn getroffen! Der Treffer ist es wert, dass wir ihn uns nochmal anschauen. Mit einem Schuss in die untere Ecke kann man einen Torwart immer gut ausspielen. Fast unmöglich zu halten. Und sie legen noch einen Treffer drauf. Gut gespielt. Er fordert den Ball. Nur eine Minute wird hier nachgespielt. Gattuso. Schön gespielt. Den Ball wollte er nicht vorbeilassen. Der Ball über der Linie. Es gibt ein Weg. Rui Costa. Ein torreiches Spiel. 4 zu 2. Das endgültige Ergebnis. Die wahren und spielbestimmende Mannschaft über die meiste Zeit des Spiels und deshalb auch der verdiente Sieger. Hier nochmal die wichtigsten Szenen der Partie. Danke Florian. Großartige Zusammenarbeit beim heutigen Spiel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017